Grüß Gott und herzlich willkommen bei der UR Academy. Mein Name ist Thomas Kleb und ich begrüße Sie herzlich bei der UR Academy. Wir starten hier mit dem Schuldrecht der BT1 und steigen direkt ein ins Kaufrecht. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Spaß beim Lesen dieses Kapitels und wir wollen uns hier in diesem einleitenden kurzen Video einfach mal einmal ganz kurz angucken. Hat das Kaufrecht eigentlich große Bedeutung? Welche Bereiche aus dem Kaufrecht sind insbesondere wichtig? Wenn ich das Kaufrecht lerne, also wo sollten Sie genau hingucken? Einfach, weil es in den Klausuren häufig vorkommt. Und ja, also einfach nur eine gemütliche, lockerflockige Einleitung in das Kaufrecht und dann sehen Sie schon mal hier auf der ersten Folie und das kann man wirklich nicht groß genug schreiben und nicht oft genug sagen. Kaufrecht ist mit die beliebteste Materie im Examen. Das muss man wissen. Hier ergeht auch dauernd neue Rechtsprechung. Es gibt ganz, ganz vielfältige interessante Fragen mit Verzahnungen zum Sachenrecht, mit Verzahnungen auch zum öffentlichen Recht oder zum allgemeinen Schuldrecht. BGBAT selbstverständlich, weshalb sich das Kaufrecht als Examsmaterial und als Examsprüfung einfach hervorragend eignet. Und deswegen kann man nicht oft genug sagen, lernen Sie das, lernen Sie das systematisch und ordentlich und vor allem in den ganz besonders relevanten Bereichen. Wenn wir uns mal im Gesetz umgucken und schauen, Mensch, wo ist das Kaufrecht geregelt? Dann werden Sie sehen, wir starten bei 433 und das Ganze geht bis 479. Nicht alle Regelungen sind gleichermaßen relevant, aber wir schauen uns an, welche Bereiche besonders relevant sind. Und da greife ich schon mal in den Kaufrecht BT zunächst hinein. Also Sie wissen, Kaufrecht haben wir erstmal den allgemeinen Teil, nämlich das allgemeine Kaufrecht. Und dann gibt es ein besonderes Kaufrecht und das ist eben der Verbrauchsgüterkauf. Der Verbrauchsgüterkauf kommt in den Klausuren auch ganz regelmäßig vor, weil er eben besondere Fragestellungen aufwirft. Geregelt ist er ab den Paragrafen 474 fortfolgende. Und wie ich erwähnt habe, gibt es viele Besonderheiten im Hinblick auf den Gefahrübergang, im Hinblick auf die Beweislastumkehr. Also Sie werden ganz, ganz vieles mit mir und natürlich dem Skript kennenlernen, was Sie zum Verbrauchsgüterkauf wissen müssen. Und das sind unabdingbare Inhalte, die Sie auch wirklich gut beherrschen müssen, die Sie auch in den Details beherrschen müssen. Das Tolle ist, sehr vieles ergibt sich schon aus dem Gesetz. Das heißt, wir lernen natürlich nur das, was darüber hinausgeht und ansonsten lernen wir das Gesetz anzuwenden. Die Relevanz dieses Ganzen kann also nicht hoch genug eingeschätzt werden. Natürlich, wenn wir uns mit Verträgen beschäftigen, schauen wir, ob diese besondere Gewährleistungsrechte voraussehen und ob diese bestimmte Mängelkategorien gegebenenfalls beschreiben. Ja, typischerweise kennen wir das aus dem Kaufvertrag. Wir kennen das aber ähnlich aus dem Werkvertrag. Nun kennen wir das Ganze auch ähnlich aus dem Pauschalreisevertragsrecht. Wichtig ist, dass wenn man sich mit dem Mängelrecht beschäftigt, des Kaufrechts, dass man sich hier einfach in den 434 in den Paragraphen die Systematik ganz sauber anguckt. Das heißt, strukturieren Sie das Ganze für sich, machen Sie sich klein, was für eine Abfolge prüfe ich das Ganze. Also alles, was ich hier skizziere, nicht nervös werden, das wird jetzt schnell angesprochen, aber das schauen wir uns natürlich in den weiteren Videos genauer an. Hier sollen Sie einfach nur erst einmal einen Überblick erhalten über das, was Sie so machen können und sollen. Diejenigen, die natürlich schon aufs Examen zusteuern, sind dann natürlich schon weiter und können gerne auch dieses Video skippen und sich dann eben mit den inhaltlichen Videos intensiver auseinandersetzen. Also bei den Mängeln ist es aber auch wichtig zu wissen, dass es neben dem System, was man sich erarbeitet, man sich auch angucken muss, was für Einzelfälle gibt es, damit man das Ganze auch ein bisschen trainiert hat. Und in diesem Zusammenhang steht natürlich auch ein bisschen die Rechtsprechung im Blick zu behalten. Das bedeutet nicht, dass Sie jetzt stundenlang irgendwie Rechtsprechung sichten und lesen. Das ist mühsam und häufig bringt es auch gar nicht den gewünschten Mehrwert. Häufig reicht es schon, sich einfach anzugucken, was wurde im Kern entschieden, wo lag das konkrete Problem. Natürlich greift man dann gerne darauf zurück, dass man sich einen Aufsatz durchliest, wo Rechtsprechung zusammengefasst wird. Die Gratis-Webinare, in denen ich Ihnen oder die Kollegen aktuelle Rechtsprechung zusammenfassen. Also da machen Sie es sich natürlich leicht, denn Sie haben natürlich nicht die Zeit, jetzt alle Urteile selbst zu lesen. Aber beachten Sie insbesondere im Kaufrecht besondere Entwicklungen, neuere Entwicklungen. Davon lebt das Kaufrecht auch sehr. Ja, dann muss man sich natürlich angucken, wenn man sich jetzt mit dem Mängelrecht auch beschäftigt hat und überlegt hat, Mensch, was für Mängel gibt es? Toll, dann habe ich einen Mangel ermittelt. Jetzt muss ich natürlich wissen, was mache ich damit? Und in dem Zusammenhang stehen natürlich unmittelbar die Frage, was für Rechte hat eigentlich der Käufer, wenn es Mängel gibt? Auch hier sollten Sie sehr systematisch lernen, also auch das Verhältnis der Rechte zueinander kennen, wann ist was praktisch zu unternehmen, wann greift man auf welches Gestaltungsrecht zu, was entspricht gegebenenfalls welchem Mandantenbegehren, was braucht mehr, was braucht weniger Voraussetzungen. Denn da sollte man, und das kriegt man auch, wenn man häufig übt und viele Fälle insbesondere dazu löst, so eine gewisse Routine drin haben, dass man mit den Rechten nicht nur mühsam sie sich zusammensucht, sondern dass man mit diesen auch spielen kann. Da muss man sich natürlich auch überlegen, wie sieht es denn eigentlich aus? Konkurrenzen, Rechte des Käufers bei Mängeln aus dem Kaufrecht BETI, Wie stehen die? Zur Anfechtung, zur Kulpa in contra hendo, zu anderen Instrumenten aus dem Schuldrecht AT. Das sind auch Themen, die natürlich beherrscht werden müssen. Und dann natürlich, weil es sich so leicht einbauen lässt. Sie müssen auch so ein bisschen aus Klausurersteller-Sicht denken. Na klar, wenn ich so einen Kaufrechtsfall habe und sehe, ich muss ja auch eine gewisse Notendifferenzierung reinkriegen in diese Fälle. Was lässt sich immer und einfach einbauen und was gibt es in ganz vielen Spielarten? Den Ausschluss der Haftung. Das heißt, die Parteien schließen die Haftung aus. Das kann ich individual vertraglich machen. Das kann ich im Wege von AGBs machen. Dann kann ich sie vielleicht auch ins AGB-Recht schicken. Gegebenenfalls müssen sie das schon durch die Auslegung lösen, indem sie eben sagen, Mensch, was umfasst eine bestimmte Formulierung oder was umfasst sie gerade nicht? Das heißt, das sind ganz wichtige Punkte und da bestimme ich in diesem Zusammenhang unter Umständen eben die Reichweite. War das jetzt gekauft wie gesehen? Was meint gekauft wie gesehen? Oder wie die Sache steht und liegt? Das sind alles eben so Dinge, die man beachten muss, wenn man sich damit auseinandersetzt. Natürlich unterscheiden wir auch zwischen gesetzlichen und vertraglichen Haftungsausschlüssen. In diesem Zusammenhang des Haftungsausschlusses denken wir natürlich auch an die Garantie. Da auch immer ganz sauber arbeiten. Was ist eigentlich eine Garantie? Wie grenzt sich eigentlich eine Garantie zu einer bloßen Beschaffenheitsvereinbarung ab? Wie wirkt sich eine Garantie auf das Bestehen eines Haftungsausschlusses aus? Also das sind diese Dinge, die Sie einfach aus dem FF dann beherrschen müssen, wenn es aufs Examen zugeht. Sollte es Ihnen irgendwie schwerfallen, wunderbar. Dafür sind wir ja da, Ihnen das in den nächsten Einheiten alles beizubringen. Und auch hier ist wichtig, ich weiß, das steht bei fast jedem Punkt, aber so sollte man immer vorgehen, dass man sich hier ein System erarbeitet. Dass man weiß, Gewährleistungsausschlüsse prüfe ich systematisch und ich gehe bestimmte Schritte ab im Kopf, damit ich eben nichts übersehe und das Ganze auch eben nicht nur im Kern zutreffend darlege, sondern auch die dahinterstehende Dogmatik und Systematik einfach klarstelle. Fragen der Verjährung können Ihnen natürlich auch begegnen, selbstverständlich im Kaufrecht. Dort ist dann auch wichtig zu wissen, wie berechne ich eigentlich die Verjährung? Worauf ist überhaupt welche Verjährungsvorschrift anwendbar? Das sind dann so die Fragen, die Sie in diesem Zusammenhang klären müssen. Wir kommen noch zu ein paar weiteren wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel der Gefahrtragung, mit der Sie sich gegebenenfalls auseinandersetzen müssen, den Besonderheiten hier. Ich habe jetzt so ein paar Problemschwerpunkte mal skizziert, ist natürlich nicht abschließend hier. Was ist mit dem Versendungskauf? Gibt es gegebenenfalls Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Verbrauchsgüterkauf? Was mache ich im Fall des Annahmeverzugs? Gibt es dort gegebenenfalls Sonderregelungen im Hinblick auf die Gefahrtragung? Das nächste, womit Sie sich gegebenenfalls mal auseinandersetzen müssen, sind besondere Arten des Kaufs, ist aber eher selten in der Klausur. Ist aber auch nicht ausgeschlossen, weshalb es ganz sinnvoll ist, einmal davon gehört zu haben und zu wissen, okay, gegebenenfalls muss ich diese Vorschrift suchen im Gesetz, wenn sie in der Klausur drankommt. Aber das wird jetzt keinen besonderen Schwerpunkt regelmäßig darstellen. Gut beim Vorkauf kann das natürlich sein, aber Kauf auf Probe, Wiederkauf, eher seltene Dinge. Rechtskauf ist natürlich häufiger, kann Ihnen gut begegnen, aber da muss man einfach nur wissen, was fällt unter einen Rechtskauf und ansonsten was für Besonderheiten ergeben sich im Hinblick auf die Mangelhaftigkeit des jeweils betroffenen Rechts. Der Kauf unter Eigentumsvorbehalt ist nur eine besondere Konstellation im Hinblick auf die sachenrechtliche Komponente, aber wir finden auch eine Regelung in § 449, die uns im Rahmen der Auslegung hilft, in Absatz 2 dann auch mit Bezug auf den Rücktritt. Also das gibt es wichtige Schnittpunkte, die man natürlich berücksichtigen muss. Und das ist natürlich auch eine schöne Schnittstelle zum Sachenrecht, wo man eben das Kaufrecht und das Sachenrecht wunderbar auch kombinieren kann, was man gerne macht, weil Sie wissen, das Examen ist das flache Fliegen über weite Strecken. Das heißt, regelmäßig sind Examsklausuren so angelegt, dass Sie zumindest einen möglichst großen Bereich aus einem Rechtsgebiet abdecken und häufig auch eben übergreifend sind über die Bücher im BGB, dass man sie eben möglichst facettenreich abprüfen kann. Und da bietet sich eben jede Schnittstelle an, die es gibt und hier haben wir eben eine zum Sachenrecht. Klar, schauen wir uns dann in dem Zusammenhang. Wir denken an Pflichten der Parteien. Wer Pflichten hört, denkt immer an welche Vorschrift. Kontrollieren Sie sich ganz kurz, woran denken Sie? Okay, es muss 280 heißen oder es wäre gut, wenn es der Reflex ist bei Ihnen. Denn wer eine Pflicht verletzt, aus einem Schuldverhältnis und vertreten müssen vorliegt, haftet auf Schadensersatz grundsätzlich. Und da muss man sich eben klar machen, erstmal bevor man dann in so eine Prüfung reingeht, was für Pflichten treffen die Parteien eigentlich. Da müssen wir natürlich differenzieren zwischen Pflichten des Käufers, des Verkäufers und dann daneben natürlich für beide auf jeden Fall die Pflichten aus 241 Absatz 2, die auch häufig betroffen sind. Eine Thematik, die man sich noch angucken muss, insbesondere weil sie eine gewisse Wandlung, zumindest von der Verortung im Gesetz und damit auch im Hinblick auf ihren Anwendungsbereich erfahren hat, ist der Rückgriff des Verkäufers. Nicht mehr nur Rückgriff des Unternehmers, für alle, die das schon vor wenigen Jahren so gelernt haben. Hier muss man eben die Neuerungen berücksichtigen. Schauen wir uns natürlich alles gesondert an. Keine Frage, deswegen erlaube ich mich hier auch so ein bisschen durchzupesen. Schauen Sie sich, wer jetzt schon neugierig ist, die 445 A folgende an, also A und B und korrespondieren damit auch noch im Verbrauchsgüterkauf die Vorschriften dazu, die aber dann nur verbrauchsgüterkauf spezifisch sind. Ja, also 478 ist dann nur übergeblieben, 479 früher noch, jetzt aber nicht mehr. So, jetzt haben wir uns grob angeguckt, das alles wird im Kaufrecht auf uns zukommen und noch ein bisschen mehr. Natürlich nicht so oberflächlich, wie ich es jetzt gerade skizziert habe. Das war quasi jetzt nur so ein Einstieg und ein Vorfühlen, wo wir uns eigentlich sicher bewegen müssen. Also diese Bereiche, die ich angesprochen habe, da sollte bei keinem Bereich groß Bauchschmerzen bei Ihnen auftreten, sondern sagen, ja gut, okay, da weiß ich einiges, da fühle ich mich wohl, leg los und stelle mir ein paar Fragen. Das würde mir gefallen. Also so müssen Sie sich dabei fühlen und nicht denken, oh, da will ich lieber nichts mit zu tun haben, weil das darf nicht sein, insbesondere nicht im Kaufrecht. Also Lernempfehlung, kaufrecht lernen und kaufrecht intensiv lernen. Freuen Sie sich, wie bei jedem BT-Teil, das ist was Schönes, auch wenn man ein paar Lücken hatte an der einen oder anderen Stelle. Es geht zumindest einmal insoweit von vorne los, als dass Sie hier ein in sich, ja nicht geschlossenes, aber doch ein halbwegs eigenständiges System an Haftung haben und können eben hier loslegen, auch mit Ihren kleineren Lücken, die Sie gegebenenfalls mitgenommen haben. Wiederholen Sie aber, wo nötig, ich war ja jetzt so ein bisschen zurückhaltend und stotternd beim Sagen, es ist ein eigenes, eigenständiges Kapitel, weil Sie sehen ja nicht zuletzt, wenn Sie in 437 reingucken, der schickt uns ja zurück in den Schuldrecht AT und da müssen wir uns natürlich wohlfühlen. Und ich hatte doch gesagt, dass es ganz interessant ist, für die Prüfer immer Schnittpunkte zu haben, Schnittstellen, wir hatten jetzt zum Beispiel zum Sachenrecht mal angerissen, aber auch Schnittstellen zum BGB-AT, da können natürlich Lücken offenbar werden. Dennoch freuen Sie sich auf dieses neue Kapitel und wiederholen Sie einfach, wo nötig, und sehen Sie das als Chance, einfach altes, verloren gegangenes oder vergessenes einfach wieder aufzugreifen, zu wiederholen, um sich dann eben wohlzufühlen. Lernen Sie, und das gilt natürlich nicht nur für das Kaufrecht, sondern das gilt auch nicht nur für das Zivilrecht, es gilt insbesondere auch für das Strafrecht und öffentliche Recht, lernen Sie so systematisch wie möglich, dass Sie eben nicht nur einzelfallorientiert, sondern in einem gewissen Denkschema lernen, dass Sie das Ganze auch verankern können, behalten können, ansonsten gehen Sie in der Masse der Ausführungen verloren. Beachten Sie natürlich nebenbei die Rechtsprechung, ohne sie intensiv zu studieren, aber nehmen Sie zur Kenntnis, ob wichtige Entwicklungen passieren, denn solche Entwicklungen, die gehen natürlich an den Prüfern auch nicht vorbei und kommen entweder im schriftlichen oder im mündlichen wieder auf Sie zu. Und vergessen Sie eins nicht, trainieren Sie Fälle. Ja, ob jetzt bei uns, bei anderen, aus Zeitschriften, egal. Wichtig ist, dass Sie so viele Fälle wie möglich lösen, machen Sie das auch skizzenartig, machen Sie das auf jede erdenkliche Weise, Hauptsache Sie trainieren die Systematik des Falllösens. Wenn Sie das nämlich nicht machen, dann hilft Ihnen häufig das gesamte Wissen nicht weiter, weil Sie eben nicht eine gewisse Klausurenschreiberoutine haben und das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen hier den Fokus drauf bewahren und ja, ich freue mich auf die nächsten Kapitel, ich freue mich auf das Kaufrechten mit Ihnen, wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und viel Spaß und bis zum nächsten Mal.